Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Borderlands Folge 14 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Das war's für heute. 24 24 24 schlechter besser 15 25 25 25 25 25 26 26 Ah! Ah! Mann! Geht mir jemand, munition! Sonne Scheiße! Keine Munition mehr! Ah! So eine Scheiße! Keine Munition mehr! Keine Munition! Ich brauche mehr Munition! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 20. Schroflu 3 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Für mich! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ach so. Verdammt! Keine Munition! Keine Munition! Mann, wie soll ich den jetzt bekämpfen, Mann? Geh mal hoch. Hm? Hm? Ja. So, fertig aus. Was ist das schon? Ja, das ist schon mal jung, ne? Also basta. Was ist das? Ich werde das Leben stoppen. 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 Ah! weh 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Naja. Naja. Na ja. Na ja. einschalten Jo, fertig aus Scheißdruck Zu wenig Munition Ja, fertig aus Ja, fertig aus Verdammt! Keine Munition! Keine Munition! Ich bin froh, wenn ich Level 13 bin erreiche mit Waren, die ich jetzt nötigen kann. Ja! Und schon wieder gleich leer. Ja, genau. Das kennt man ja, ne? Immer schön wenige Munitionen haben. Ach! Ich hab was für dich! Ich geh grad in Karalong! Du sch***er! Du sch***er! Warte mal! Du sch***er! 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 Das war für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss! Bis dann!